ähm wie spricht man, achso, Sir Coxwell, so spricht man das aus, oder? Dankeschön auf jeden Fall für deinen Prime-Size, Dankeschön und jetzt habe ich nicht aufgepasst scheiße warte mal, das machen wir nochmal äh da flitzt er los verfluchte Made äh Dankeschön dir natürlich auch noch schönen Abend auf jeden Fall Na, wie sieht's aus alter Mann, qualmen schon die Füße? deine Sprüche lassen mich kalt oh oh ja ja das ist ein Typ, ey deine Sprüche lassen mich kalt gut, da ist noch ein Raptor Brutal dann bist du schon härter als ich erst angenommen hatte schnell speichern hm ja 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 wieder ein alter Weißer wieder ein alter Weißer vom massiven Ärger vom massiven Ärger bekommen darauf werde ich mich vorbereiten Na, wenn's nicht mehr ist ein Teleporter habe ich glaube ich noch nicht ne ne zentrales Weltenherz wo bin ich denn jetzt hier eigentlich gerade äh ok bist du bist du so ein durchgeknallter Weltverbesserer nein ich bin Realist und weiß wann mein Leben bedroht wird hmm klingt vernünftig naja vielleicht ein bisschen verrückt aber hey wer ist das nicht oh die Bot Nachricht die muss ich unbedingt auch mal ausmachen ist schon wieder über veraltet hm da kommt da schon wieder was hm ach es gibt nichts oh hier muss ich überall nachher nochmal hin alles durchsuchen so da haben wir wieder einen Raptor ein junger Raptor ok oh der hat mich voll gehedet ey ha ausgetrickst ha lauf ich denn mit dem hin muss eigentlich voll in die andere Richtung ich muss eigentlich da runter und er läuft mit mir hier bis in die Wallachei ich meine ist ganz cool weil ich halt übelst xp gerade dazu bekomme aber ein bisschen unnötig ein bisschen unnötig boah das müssen wir auch alles durchsuchen später oh oh ja wo soll der denn jetzt hin da war noch irgendwas oh ja redium oh 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 ich glaube da sollte ich mir erstmal bessere besseres Equipment zulegen boah boah das ist ein übelstoten Kopf aber dunkle Selex halt du weißt dass wir uns in Richtung dunklen Turm bewegen schön dass du das bemerkst ich dachte ich sehe mal nach was es da so zu holen gibt den und stopp bis hier hin sollte reichen so jetzt mal raus mit der Sprache warum hast du mich hierher geführt was willst du hier eigentlich gar nichts ich wollte nur mal sehen was du auf dem Kasten hast wenn ich dein Waffengefährte werden soll kaufe ich doch nicht die erstbeste Katze im Sack oder irgendwas sagt mir dass du Ärger mit jemanden hast und jetzt rennst du in Tavar hin und her und versuchst irgendwie davor wegzulaufen ich sehe schon dir kann man nicht so schnell was vormachen was versuch nicht abzulenken also was steckt dahinter willst du das echt wissen na gut ich ähm sollte eigentlich schon längst wieder am vor sein ich hatte den Auftrag Fleisch zu besorgen Krieger tun sowas manchmal obwohl es ja eigentlich die Aufgabe der Werker ist aber naja irgendwie hab ich wohl die Zeit vergessen und bin schon etwas drüber aber nur ein kleines bisschen wann solltest du das Fleisch abgeben die Jungs aus dem Fond haben mir zwei Tage gegeben und wie lange ist das her? Och so auf die Stunde genau kann ich das gar nicht sagen aber etwa zwei Monate? Oh alter Oje das wird aber die Gemüter ganz schön erhitzen Du bist ein hoffnungsloser Fall man sollte sich freigeben zur Notschlachtung oh das wird aber die Gemüter ganz schön erhitzen Jep und da ist das Problem wenn ich mich jetzt wieder regulär zum Dienst melde dann werde ich vermutlich einfach eingebuchtet blöde Geschichte was ich bin nämlich eigentlich viel lieber hier draußen nachvollziehbar find ich eben auch Wie lange willst du das hier noch durchziehen? Wie lange willst du das hier noch durchziehen? Irgendwann wirst du zurück müssen ins Fond Ja oder auch nicht Es sei denn ich lauf mal einem Warlord über den Weg der den Jungs im Fond erzählt dass ich auf einer ultra wichtigen Mission bin oder so Naja du hast nicht zufällig einen solchen Warlord aus dem Fond in der Tasche oder? Vielleicht sollte ich mal mit Kaya sprechen Ich hatte befürchtet dass das jetzt kommt Ach sieh an sie kann ja sprechen Nett Ach kein großen Wind darum ich werde mich mit ihr beraten Du kannst dir in der Zwischenzeit schon einmal die Bastion ansehen Die Bastion? Du meinst die halb zerfallene Bruchbude in Caracas? Genau die Dort versammeln sich ähnlich schräge Vögel wie du einer bist Du wirst es mögen Tja Was soll man da noch sagen? Wir haben schon genug geredet Genau das wollte ich gerade sagen Also dann bis neulich Und tu nichts was ich nicht auch tun würde Schieb ab Ja Schon weg Sehr gut Ihr hört sich ein bisschen an wie Gronkh oder? Meine ich das nur Gefährliche Gegend Oh ja Sehr gefährliche Gegend Mal gucken ob wir hier irgendwas noch mitnehmen können Irgendwas cooles finden oder so Oh ne Spinne ist auch ganz uncool Die machen mega Aua Die machen mega Aua Säuredrüse Oh Oh was ist das für einer? Ich tu mal speichern Abartiger Hat den überhaupt nicht interessiert Oh da kommt noch was Das ist dein Bezirat Also Das ist das Nein Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Die haben mich so umgehauen. Muss die ein bisschen ablenken, bis sie wieder auf dem Boot, äh, wieder steht, ja? Komm, 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 komm. Oh, sie liegt wieder, nein. Komm, der braucht nur noch einen Schlag hier. Der ist ja super lahmarschig. Boah, 250 XP gibt der. Cool. Kann sie jetzt mal wieder aufstehen hier? Hallo? Mach mal was. Schädigte Sphärenklinge. Sie ist bewusstlos. Oh, nein. Möchte ich da irgendwas geben? Nein. Ich hab's gewusst. Da brauchen wir nur eine Kelle geben, dann liege ich. Zum Glück hab ich gespeichert während des Freitens. Gucken, ob ich weglaufen kann. Nö, ich scheint den nicht irgendwie sonderlich zu interessieren. Ah, da kommt sie wieder. Lass dich doch nicht hitten, Mensch. Komm weg. Finde ich aber ganz geil, dass man auch die Möglichkeit hat, die starken Monster zu bekämpfen. Am Anfang, es gibt halt saugut XP. Nochmal, dreimal dunkles Elex. Nochmal. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit alles anfangen kann, aber... Oh, geil. Die Frage ist, ob ich jetzt hier was machen kann. Was ist denn das für ein Tote Sphäre hier? Das ist das für ein Tote Sphäre hier? Was? Wörst du weiter geht-mach steckst. Sf. schick ist krebsstoff sehr geil hat schon mal gelohnt hier was zu essen ist noch irgendwas vielleicht eine Höhle oder so oh ne was haben wir denn da irgendein Zombie es geht los ein Ticken zu spät ausgewichen schade 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 Achso, und Speichen. Ganz wichtig. Komm her. Ich meine, ich habe Autospeichern schon bei drei Minuten, ne? Aber das reicht manchmal echt nicht aus. So, Speichern. So, jetzt machen wir erstmal den da. So, jetzt machen wir das. 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 Da kommt der nächste. Das ist auch wieder so ein heftiger. Oh, ich kann bald andere Waffen tragen. Dann geht es richtig ab. Fehlt nicht mehr viel. Nein. Ey, das war noch zwei Hitze, das war auch scheiße. So, jetzt machen wir das. 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 Okay, jetzt ist es aber down. Zack, haben wir einen. Spice an. Braucht wir ein Auto? Ich habe hier so ein paar. Top in Schuss. Funktionieren alle. Oh, was haben wir da? Beschädigtes Lasergewehr. Uuuuh. Ist doch gelohnt. Offenweise Elex. Okay, gut. Dann kommen wir weiter. Wo muss ich lang? Wo bin ich? Ich kann mich eigentlich runterporten jetzt hier. Ja, machen wir auch mal. Zack. Ja. Pew, pew. Ich bin mal in Conan, Leute. Viel Spaß und bleibt gesund und gute Besserung. Dankeschön, Rade. Und dir auch viel Spaß. Bis die Tage. Schön, dass ihr da warst. Das ist ein ausgewachsener Raptor. Ja, er hat mich erwischt. Ich habe auch gespeichert. Oh, neue Stufe. Oh, neue Stufe. Wollen wir das Ding mal durchsuchen hier. Bestimmt auch gut Loot wieder. Hier ist doch bestimmt irgendwas zu holen. Das geht schon danach aus. Das geht schon danach aus. Da unten habe ich schon was gesehen. Da gehen wir gleich rein. Okay, hier ist nix. Hier ist nix. Schreibstoff. Hier ist nix. Sehr geil. Wir haben schon wieder n' Tresor gefunden. Hör mir auf. Muss ich erstmal gucken. Hier wieder. Lock. Wobei ich immer noch nicht glaube, dass es dafür ist. 1, 8, 9, 8. Aber ein 8 war, glaube ich, gerade ausgegraut. 2, 0, 6, 3. Probieren wir mal aus. Ne. 2, 0, 6 und 9 ist ausgegraut. Okay. 2, 0, 6 und 9. 5, 8, 3, 2. 5, 8, 3, 2. Ne, geht auch nicht. Das war nichts. Das war nichts. Nö, 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 nö. Das markiere ich mir aber direkt mal. Hier ist nix. Hat gehofft, gleich ne Notiz zu finden oder so. Wo was draufsteht, aber nö. Oh ja, normaler Trank. Okay. Dann gehen wir weiter. Okay. Was siehst du? Die Felsen da, die habe ich eben schon gesehen. Da habe ich mich schon gefragt, was da ist. Oder sein könnte. Oh, jetzt erklärt es, da sind Raptor. Hm? Okay, der kommt direkt zu mir. Der weiß direkt, was abgeht. Oh, Gott. Ich habe mich aus dem Leben genommen. Warte mal, habe ich nicht Attributspunkte? Boah, ich habe 20 Attributspunkte, ne? Konstitution 2. Übernehmen. Und was war das noch? Werke? 43. Ah, ich kann nur auf 41. Ich muss mich dezent erschrocken. Da hat er mich schon wieder getroffen. Der blöd, Mann. Kurz ein paar Schritte zurück, so. Kann ich noch was anderes anziehen? Stärke 43. Geschicklichkeit 31. Ich weiß nicht. Hier. Beschädigtes, äh. Beschädigtes Sphärenklinger. Aber die braucht, boah, 55 Stärke. Ich habe aber nichts anderes sonst. Oh, Mann. Mann, der trifft mich jedes Mal. Immer in meiner ungünstigsten Position, ey. Okay. Attribute. Ähm. Ich mache jetzt Konstitution 2 hoch. Und den Rest brauche ich voll in Stärke. Kann ich ihn leider noch nicht tragen, aber bald. Klopfer. Einhändig. Noch zwei Punkte. Das heißt, ein Level muss ich noch machen. Das kriegen wir noch hin jetzt. Geht mir nicht mehr viel. Was ist der Raptor denn da? Ne. Ich soll es nicht. Wo ist denn der Raptor jetzt hin? Also. Oh, ney. Das ist die Punkte, glaube ich, schon wieder neu setzen. Ja. Speichern. Ah, Mann. Der ist doch scheiße. Ich habe schon so viele Raptoren gekillt, aber der erwischt mich jedes Mal, wenn er sie attackt. Ah, nervig. Jetzt kippe den doch mal Bescheid hier. Ja, ja. So, kommen wir weg. Endlich. Beischauen. Hmm, 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 hmm. Ist da nicht so ein Flattermann? Ne, da ist ein anderer Flattermann. Was ist das denn? Sniper Drohne. Ui, boah, alter. Ich hab keine Energie mehr. Äh. Uuuu, doch der kippt mich jetzt. Fünf. Keine Tränke mehr. Ähm. Hm. hmmm ich mach den doch mal ah sie hat platt gemacht das waren sogar zwei so jetzt muss ich mir erstmal wieder was zu fressen reinziehen hier auf den quickslot da 5 ich wünschte schön bis dahinten war ich da schon ich glaub nicht oder so ein abgelegenes Haus hier auf jeden Fall ich glaub ich war hier noch nicht ich schlag in alle Himmelsrichtungen und nicht dahin wo ich hin soll ich schlag in alle Himmelsrichtungen und nicht dahin wo ich hin soll er ist verlassen hallo verlassenes Haus hier die Ratte im Karton jawohl Zigaretten Zigaretten oh Dietrich nehmen wir ich bin nicht gut ich bin nicht gut genug muss Schlösser knacken lernen unbedingt äh machen wir wieder eine Markierung hier hin also so 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 so